Hallihallo bei Conny Canarias. Ja heute mal eine Runde hier im Mogan Mall in Puerto Rico unterwegs und ich nehme euch hier mal mit. Wir schauen einfach mal ob es hier was neues gibt. Ja da haben wir den großen Hippadino, den kennt ihr sicher für alle die die schon mal hier waren und hier natürlich verschiedene Kaffees, Hähnchenbude und natürlich Eis, ganz wichtig. So hier direkt vor uns haben wir ja den schönen Springbrunnen und wir gehen jetzt mal erst eine Runde hier oben entlang. So hier gibt es ja am Wochenende eine Lichtershow mit dem Springbrunnen hier und irgendwie sieht es hier ganz schön diesig aus, muss ich euch sagen. Wenn man so Richtung Berg schaut, ist das alles irgendwie nicht so klar. Ja hier unten ist das alles ein bisschen schön begrünt, das ist natürlich auch wichtig. Und hier drüben, ja das ist dicht an dicht gebaut. Gibt es auch schon etwas länger. So hier oben haben wir ja verschiedene Restaurants. Hier haben wir einmal ein Inder. Dann hier öffnet demnächst was Neues. Das ist Gantina de Ding. Schauen wir mal was das ist. Ja asiatisch. Ich dachte eher vielleicht wird namesisch, aber gut asiatisch auf jeden Fall. Und nebendran direkt Sushi Tex-Mex. Und daneben den Part Thai-Walk einen Thailänder. Ja ich denke mal was hier ein bisschen fehlt, hier wo die Bänke stehen, ein bisschen Schatten. Denn gerade im Sommer so, ja ist das gut warm, um sich da mal irgendwo hinzusetzen. Und hier sitzt man in der prallen Sonne. Das ist Dramentale. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Mogan Mall in Puerto Rico und damit sage ich dann auch Tschüss und bis bald macht's gut viel Spaß beim shoppen natürlich